Musik Kürer Gotterbarm, Bossritter, Erfinder, Abenteurer, Lebenmensch, Vorbild. Kürer ist vom Charakter her ein Hasarder, der heitete Attacke hat. So ein Typ wie der Kürer, der auch ein, ein, ein Macher, er ist der kreative Macher. Freidenker so, oder? Er war wahnsinnig ehrgeizig. Er wollte die Beste sein. Er weiss nicht, was die 100% sind. Aber was drüber ist, das ist sein Leben, das kennt. Er hat nie gesagt, er sei Künstler. Er hatte die Mentalität eines Künstlers. Die Kürer hat sich dann so viel gezeigt, dass man das kann, dass man das machen kann, das, was man träumt davon. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Wer ist wirklich mein Freund? Gibt es Freundschaft unter Menschen, wie ich bin? Kürer ist nicht den Leuten nachgelaufen, für den Kontakt aufrechtzuerhalten. Nein, ist dem Kürer nachgelaufen. Ich glaube, so jemand hat den auch gebraucht. Ich denke, viele andere wären schon lange davon gelaufen. Kürer hat intensiv gelebt. Er hat einfach alles gegeben, gerne alles gegeben. Das war schlussendlich auch der Grund, dass er nicht mehr möglich war. Ja, wir vermissen ihn wirklich sehr. Keine Ahnung, wo er jetzt ist, gell? Vielleicht ist er ja schon auf seiner Reise mittlerweile. Das wissen wir ja nicht so. Gleich noch relativ weit, ein Hamburg, gell? Gleich noch relativ weit, ein Hamburg, gell? Ja, wir wissen. Bis zum nächsten Mal, wie ich will.